Einen natürlichen Lippenaufbau mit einer Vertikal-Technik, die wir hier durchführen. Wir haben insgesamt 15 verschiedene Techniken, wie wir so eine Lippenkontur oder Lippenaufbau betreiben. Je nachdem, wie die eigene Lippe dann an der Halt aussehen soll und mit verschiedenen Hyaluronsäure-Derivaten wird hier gearbeitet dazu von dem Marktführer Restylane. Und hier in dem Fall ist die Behandlung bereits schon abgeschlossen und der Armobogen wird nur noch konturiert und dann ist die Behandlung schon zu Ende.